Bei Sydney Fashion Week, erstes Curvy-Model auf Laufstück Endlich geht es auch auf den australischen Laufstegen kurvig zu! Seit vergangenem Sonntag steht Sydney ein weiteres Mal ganz im Zeichen der Mode. Bei der Mercedes-Benz Fashion Week schreiten die langbeinigen Schönheiten in den neuesten Trends über die Runways der Sofa-Metropole. Ein Highlight sorgte jetzt für große Emotionen, für einen Bikini-Designer lief zum ersten Mal eine Curvy-Bouti bei der Veranstaltung und die ist ein echter Sozial-Media-Star. Was für ein besonderer Auftritt, aktuelle Aufnahmen zeigen nun den bewegenden Moment. In einem apricotfarbenen Einteiler schlenderte selbstbewusst an den Zuschauern vorbei und verzauberte mit ihrem strahlenden Lächeln. Die Australierin, die eine europäische Größe 40 trägt, schrieb auf Instagram überglücklich zu den Bildern, es ist wirklich passiert. Ich bin das erste kurvige Model bei der Mercedes-Benz Fashion Week Australia. Ich bin so dankbar und happy, diese Ehr eingeleitet zu haben. Vielfalt muss akzeptiert, geschätzt und gefördert werden. Ihren knapp 200.000 Abonnenten schien diese Message zu gefallen, sie liebten und kommentierten den Erfolgsschnappschuss ihres Idols fleißig. Mit ihrer australischen Sie zu zwölf war Brecht das einzige Model der Show, das keine Größe 8, EU 36, trug. Ihre Rundungen verschafften der Blondine zuletzt sogar einen weiteren Karrierersprung, sie ziert diesen Monat das Koffer des australischen Women's Health Magazins. Das Koffer des Koffer des Koffer des Koffer des Koffers.